hallo und herzlich willkommen zum heutigen unboxing heute haben wir für euch die trip box von laska alle weiteren informationen zu diesem album der tracklist und im boxinhalt sowie natürlich auch die links zum album zur box und itunes findet ihr wie immer unter diesem video in der video beschreibung trip von laska limited box set lesen wir hier und hier unten 1000 richtungen ins paradies also trip dürfte wohl dafür stehen trep 1000 richtungen ins paradies und wir sehen hier gezeichnet das gesicht von laska mit cap und sonnenbrille und rauch und hier um ihn herum je nachdem wie man es deuten möchte klavier tasten aber ich würde eher sagen das sind stiegen also treppen stufen und ja die gehen das um seinen kopf herum ist von der box her so eine gestärkte papier box sage ich mal also es ist keine reguläre karton box sondern es ist etwas weicher das ganze 1000 richtungen ins paradies lesen wir hier unten auf der rechten seite laska trip limited box set auf der linken seite ebenfalls oben nochmal 1000 richtung ins paradies und auf der rückseite lesen wir trip limited box set inhalt 2 cd premium edition shirt in größe l blättchen poster und signierte postkarte und hier noch die credits inklusive barcode gut dann schauen wir mal was da drin ist ich muss ehrlich sagen laska sagte mir nichts ich habe ihn dann erst durch das juliens blog battle kennengelernt und es ist mit dieser box sein debüt release also sein erstes album und dieses dann gleich als box veröffentlicht so box mal zur seite wir haben einmal ein t shirt das album inklusive instrumentals die papes die signierte ja tatsächlich postkarte und ein poster alles klar wie immer fangen wir an mit dem album an sich das sieht so aus laska taus richtung ins paradies 1 2 1 dasselbe cover wie auch schon auf der box 2 dies gelesen wir hier und auf der rückseite haben wir cd 1 15 tracks und cd 2 16 tracks das kommt daher dass wir hier noch ein bonus track haben nämlich so high remix und daneben die 15 instrumentals von dem album jetzt haben wir von 15 tracks bachs features von thematic bachs 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 zarrus 40 crowns oder 40 crowns und jikes aber ich muss ehrlich sagen ich kenne von den features kein einziges ich weiß nur thematic war der ja der freund oder der der gefährte sag ich mal von von laska der gemeinsam mit ihm irgendwie dieses rap ding gestartet hat ich glaube die haben sich mittlerweile zerstritten weil thematic irgendwie vorwürfe gemacht hätte dass er die texte geschrieben hat von laska et cetera aber ja habe mich mit der thematik ehrlich gesagt jetzt nicht so auseinander gesetzt meine favoriten der trackliste sind nummer 8 alles funny alles dope und nummer 11 wie ich will das sind so die die mir jetzt speziell im gedächtnis geblieben sind gut dann haben wir auf der linken seite ein booklet dieses relativ dünn aber wir werden trotzdem natürlich mal reinschauen wie ich es denn raus bekomme also cover kennen wir bereits und dann haben wir hier eine info was steht hier am anfang saß ich genau hier ohne studio ohne geld und ohne fans ich hatte nur eine vision in meinem kopf ein ziel vor augen das ich erreichen wollte als ich gemerkt habe dass es so nicht weiter gehen kann machte ich mir einen plan so begann mein trip und hier lesen wieder noch eine dank sagung alles klar ja relativ dünn das ganze sehr wenig inhalt aber zumindest mal eine eine dank sagung und eine info wie es zu dem album kam ist auch eine nette sache auch wenn es nur zwei seiten hat das ist die cd an sich lascar trip so sieht das ganze aus und dann haben wir auf der rückseite die cd 2 diese in schwarz bonus und instrumental also wie gesagt ein bonus track und die instrumentals des albums also 16 tracks beziehungsweise ein track und 15 instrumentals hier noch lascar auf stiegen sitzend haben ähnlichkeit mit denen die auf dem cover zu sehen sind dann haben wir diese postkarte sehr ungewöhnliches format in meinen augen postkarte normalerweise ja etwas höher diese sehr breit lascar hier mit mercedes schöne unterschrift auf jeden fall was steht hier noch ok steht auch lascar ja noch etwas breiter im hintergrund ja das ist die postkarte also ich glaube das ist so eine panorama postkarte dann haben wir diese papes lascar draußen richtung ins paradies trip nbs steht hier noch smoking good dude lascar ok also wir haben hier die long papes und hier natürlich dann schon vorgefaltet die filter tipps ja also wofür das ganze gedacht ist wisst ihr glaube ich kann mich noch mal wiederholen ich bin kein großer fan davon aber es ist natürlich jeder für sich selbst verantwortlich und jeder kann natürlich auch machen was er oder sie möchte und dann haben wir noch ein poster im hochformat das t shirt weg so sieht das ganze aus lascar tausend richtung ins paradies ebenfalls das cover auf dem poster hochformat einseitig bedruckt und als letzten bestandteil haben wir noch in diesem beutel ein t shirt lascar trip tausend richtungen ins paradies hier noch zwei sterne schwarz und weißer aufdruck klassisch backprint haben wir keinen und wir haben es zu tun mit einem shirt von fruit of the loom value weight größe l 100 prozent baumwolle und das ganze ist hergestellt in hier sehen wir es marokko alles klar schon mal kurz im detail an wie das ganze aussieht und so sieht das ganze dann geht tragen aus also wir haben hier auf der brust den schriftzug lascar trip jeweils in schwarz weiß und dann haben wir darunter stehen 1000 richtungen ins paradies hier mit einem vollen stern und auf der rechten seite vom stern und die konturen schwarz weiß klassisches design aber ich muss ehrlich sagen auch wenn es so klassisch oder minimalistisch gehalten ist gefällt mir das vom design her echt echt gut kann man gut tragen und zum abschluss fassen wir noch einmal zusammen was sich alles in der box befindet einmal das eben gezeigte t shirt in der größe l das poster im hochformat einseitig bedruckt diese panorama postkarte inklusive unterschrift von lascar das album inklusive der bonus cd mit den instrumentals das alles in dieser wunderbaren box trip von lascar mich würde natürlich interessieren was eure meinung zu dem album beziehungsweise zu der box ist schreibt es in die kommentare und wenn ihr die musik feiert falls ihr lascar unterstützen möchtet dann findet ihr die links dazu unter diesem video in der video beschreibung das war's für heute bis zum nächsten unboxing passt auf euch auf ciao